Wir sprechen jetzt mit Amber Lyon, dreifache Emmy-Preisträgerin, Journalistin, Fotografin und Filmemacherin. Ich habe ernste Sorgen, dass die amerikanische Öffentlichkeit hier auf einen weiteren potenziellen Konflikt mit dem Iran vorbereitet wird, in einer ähnlichen Art und Weise, wie wir in den Kriegen im Irak und in Afghanistan hintergangen wurden. Denn was wir sehen, ist, dass die Massenmedien die Situation im Iran übermäßig und übertrieben darstellen. Und dabei wichtige Fakten auslassen. So wie sie es eben in dem Beitrag dargestellt haben, in dem Ahmadinejad sagt, dass es Möglichkeiten für einen Frieden gibt, aber wenn wir uns ansehen, wie der CNN und andere Massenmedien darüber berichtet haben, dann kann man sehen, dass sie diesen Teil seiner Rede einfach ignoriert haben. Und wenn man sich die ganze Propaganda ansieht, die der Öffentlichkeit zurzeit in Sachen Iran verkauft wird, wir haben einen Film, der rauskommt, Orgo, wir haben die Übertreibungen in den Medien, was die Situation im Iran angeht. Wenn man das alles in den Kontext stellt mit dem, was hier in den USA geschieht, mit der Hypothekenkrise und der Tatsache, dass die meisten Menschen Probleme haben, von Tag zu Tag durchzukommen. Wenn man das alles sieht und dann die Art, wie die Medien den Iran in den Vordergrund schieben, dann kann man nur feststellen, dass die amerikanische Öffentlichkeit auf einen neuen Krieg vorbereitet werden soll. Und warum glauben Sie, passiert das? Ich glaube, sie benutzen Propaganda. Und das führt uns wieder zu dem Begriff Massenvernichtungswaffen. Dieser Ausdruck wurde der amerikanischen Öffentlichkeit ununterbrochen eingetrichtert, bis wir uns im Irakkrieg wiederfanden. Und jetzt sehen wir dasselbe Geschehen mit Nuklearwaffen und diesmal ist es der Iran. Und ich befürchte, dass die Öffentlichkeit hier mit Propaganda überschüttet wird und dass die Öffentlichkeit sich dessen gar nicht bewusst ist und dass uns dies in einen weiteren potenziellen militärischen Konflikt führen könnte. Die eigentliche Aufgabe der Medien ist es ja, die vierte Gewalt im Staate zu sein, uns alle Aspekte eines Problems zu zeigen und uns die Wahrheit zu sagen. Was glauben Sie, was ist los? Sie haben für den CNN gearbeitet. Wenn es anders wäre, warum sollen sie uns Kriegspropaganda verkaufen? Tatsächlich will und kann ich nicht spekulieren, warum dies alles so geschieht. Ich kann nur sagen, als ich beim CNN arbeitete und einen Dokumentarfilm zeigen wollte über die Situation in Bahrain, dort wo wir eine Marinebasis haben, direkt gegenüber vom Iran und wir wollen die natürlich behalten. Und ich kann nur sagen, dass es sehr schwierig war, die Story über Bahrain zu bringen. Ich ging vor ein paar Wochen an die Öffentlichkeit und sprach über die Zensur beim Sender CNN International, an diesem Dokumentarfilm über Bahrain. Vor allem geht es mir darum, klarzumachen, dass der amerikanischen Öffentlichkeit nicht die Wahrheit mitgeteilt wird, darüber, was dort in dieser Region passiert. Und das ist sehr gefährlich, denn wenn die Öffentlichkeit ständig mit Aussagen berieselt wird, die uns schließlich in einen Krieg führen, der nicht notwendig ist, dann ist das nicht fair der Bevölkerung gegenüber und nicht fair für die Journalisten. Die Wahrheit, wie sie hier dargestellt wird, ist die Wahrheit, von der die Medienkonzerne wollen, dass sie als Wahrheit konsumiert wird. Und das führt uns in einen weiteren potenziellen Konflikt mit dem Iran und ich versuche meinen Freunden bei Facebook und bei Twitter mitzuteilen, dass sie ihre Augen wirklich offen halten müssen. Denn wenn man das einmal begriffen hat, wenn man einmal seine Augen geöffnet hat, beginnt man auf einmal all diese Propaganda zu sehen, die durch die US-Massenmedien geistern. Und es ist symbolisch, weil es genau dasselbe ist, das wir schon vor dem Irakkrieg und vor dem Afghanistan-Krieg erlebt haben. Wir haben jetzt einen Ausschnitt aus der Doku vorbereitet, die sie gedreht haben. Den schauen wir uns jetzt an und dann sprechen wir weiter über die Doku und über die Art und Weise, wie der CNN darauf reagiert hat. Die Demonstranten scheinen aus Bahrains Hauptstadt verschwunden zu sein, aufgrund des intensiven militärischen Eingreifens der Sicherheitskräfte. Wir fuhren in einen anderen Teil von Bahrain, einen Teil, von dem die Regierung nicht wollte, dass die Welt ihn sieht, um herauszufinden, wo die Menschen hingegangen sind. Wir fuhren zu den Dörfern der Schiiten und kamen an Militär-Checkpoints vorbei, als wir die Hauptstadt verließen. Wir wollten etwas Zeit zusammen mit diesen Demonstranten verbringen. So sieht der Protest heute aus. Junge Leute, die von Tränengras-Bähltern getroffen werden. Der Dokumentarfilm, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gesehen haben, wurde nie ausgestrahlt auf CNN International. Warum nicht? Ich habe bis heute keinen genauen Grund gesagt bekommen, warum die Doku nicht ausgestrahlt wurde. Ich habe den Präsidenten von CNN International, Tony Maddox, zweimal deswegen gefragt, auch im Namen meiner total erstaunten Filmcrew, und wir bekamen nie eine richtige Antwort. Ich habe dann versucht, mehr über diese Gründe herauszufinden, nachdem mich auch einige andere Mitarbeiter von CNN ebenfalls darum baten. Sie sagten, schauen Sie, was da los ist. Es ist sehr komisch. Sie senden diesen Dokumentarfilm nicht. Und nachdem wir uns ein wenig in die Angelegenheit hineingearbeitet hatten, fanden wir heraus, dass der CNN tatsächlich Geld macht durch diese Situation. Geld des Regimes in Bahrain. Der CNN ist Kunde Bahrains. Sie sind ein Kunde. Das Regime in Bahrain zahlt CNN dafür, Material zu produzieren, das Bahrain in einem günstigen Licht darstellt. Und nicht nur das, sondern sie senden diese Produktionen dann auch auf CNN International. Zum Beispiel war 2010 Richard Crest im Auftrag von Bahrain vor Ort, um für den CNN über das Formel-1-Rennen in Bahrain zu berichten und wie progressiv Bahrain doch ist und darüber, dass der Kronprinz selbst beim Rennen mitfuhr. Im Februar 2011 haben wir gesehen, wie unter der Herrschaft dieses Kronprinzen das Militär auf unbewaffnete Demonstranten schoss und sie am helllichten Tage tötete. Und was CNN hier macht, ist sehr gefährlich. Und sie produzieren nicht nur für Bahrain. Sie haben auch ähnliche Beiträge für Georgien, Kasachstan und andere Länder produziert und den Libanon. Und was das gefährlich macht, ist die Tatsache, dass sie ihre Zuschauer nicht darüber informieren, dass diese Programme tatsächlich gesponsert werden. Und wenn sie es angeben, dann geschieht das in sehr kleiner Schrift unten am Ende der Artikel. Das ist nicht nur gefährlich, was unsere Außenpolitik angeht, sondern man macht den Zuschauern glauben, dass in diesen Ländern rosige Zustände herrschen, auch wenn das nicht der Fall ist, wie wir es im Fall von Bahrain gesehen haben. Und es ist Betrug an den Zuschauern und an den eigenen Journalisten. Als ich beim CNN zu arbeiten anfing, wurde mir nicht gesagt, dass solche Sachen ablaufen. Es wurde mir nicht klar gemacht, dass zur selben Zeit, als ich für die Story in Bahrain recherchierte, Bahrain gleichzeitig ein zahlender Kunde bei CNN war. Was hat CNN Ihnen gesagt, als Sie das herausfanden und gefragt haben? Warum zeigen Sie meinen Beitrag nicht? Ich habe etwas riskiert, um diese Story zu bringen. Was haben Sie gesagt, warum Sie es nicht gesendet haben? Das machte die ganze Sache für mich nur noch verdächtiger, weil sie uns nie eine richtige Antwort gegeben haben, obwohl ich sogar zweimal den Chef von CNN International gefragt habe. Und sogar meine direkten Vorgesetzten bei CNN wussten keine Antwort darauf. Und das machte mich skeptisch als investigative Journalistin und ich wollte der Sache dann auf den Grund gehen. Wir hatten als Crew in Bahrain Helfer und Fahrer, die zur Zeit wegen der ganzen Situation keine Jobs mehr haben, weil sie uns geholfen haben, diesen Dokumentarfilm zu drehen und deshalb immer noch Schikanen zu erleiden haben. Ein Angestellter für die Organisation Ärzte ohne Grenzen, der uns in diese Dörfer gefahren hat, um uns zu Ärzten zu bringen, die von den Sicherheitskräften geschlagen wurden. Er hat seine persönliche Sicherheit gefährdet. Einige Monate, nachdem wir den Film gedreht haben, wurde sein Haus niedergebrannt. Und es gibt Aktivisten, die sagen, dass dies geschah, weil der CNN bei dieser Reportage half. Und diese Helfer vor Ort wussten nicht darüber Bescheid, dass der CNN zur gleichen Zeit Geld vom Regime in Bahrain bekam, um positive Inhalte zu produzieren, die ihren Ideen widersprachen. Und sie haben ihr Leben riskiert und ich glaube, dass der CNN ihnen eine Entschuldigung schuldet, ebenso wie eine Entschuldigung gegenüber den eigenen Zuschauern und den eigenen Journalisten dafür, dass sie sie mit diesen Informationen betrogen haben. Das ist wirklich eine Geschichte, die einem die Augen öffnet. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind, um uns diese Geschichte zu erzählen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.